Wir sehen auf Vivi das nächste Mickey Mouse NFT, außerdem entsteht der nächste massive Comic Dropper vor der Tür. Und wir schauen uns auf jeden Fall eine Sache von David Yu an, die er vor etwa über einem Jahr schon gesagt hat und die auf diesen Moment zutrifft. Ich bin sehr gespannt. Jetzt würde ich aber sagen, let's go ins Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG und heute mit den wichtigsten Vivi News zu Weihnachten, die du wissen musst. Und ja, ich habe es schon gehört, es ist Weihnachten bzw. ich werde das ganze Jahr an Weihnachten hochladen gegen Früh. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall da draußen ein wunderschönes Weihnachten, wenn ihr nicht gerade arbeiten müsst und sehr viele schöne Momente und eine wunderbare Zeit mit eurer Familie. Und ja, in dem Sinne würde ich aber jetzt auch sagen, starten wir direkt rein in die Weihnachts News. Und an dieser Stelle würde ich sagen, passt natürlich auch der Weihnachtsjob, den wir sehen werden, auch sehr gut rein. Wir sehen nämlich hier am 24. Dezember um 17 Uhr Deutsch, das heißt Meister Maus. Und das ist im Prinzip eine weitere Mickey Maus NFT Collection, die wir sehen werden, insgesamt Serie 4 schon. Also wir sind jetzt hier wirklich tatsächlich schon ziemlich, ziemlich weit gekommen. Das Ganze wird auch wieder eine Utility haben und zwar ist das Ganze nämlich mit einem AirDrop verbunden. Den schauen wir uns natürlich zum Schluss hier nochmal genauer an. Das Ganze wird natürlich im Blindbox Format sein, wie immer. Und wir werden hier auf jeden Fall als allererstes eine Rare bekommen. Das Ganze wird wieder eine animierte und auch eine mit Sound Version sein. Das heißt hier auf jeden Fall auch wieder ein Special mit dabei. Das Ganze wird außerdem insgesamt pro Blindbox 60 Gems kosten und eine Edition von 2940 Stück haben. Außerdem ja keine First Edition oder auch FA, weil wir natürlich Mickey Maus schon öfters auch wie wir gesehen haben. Dann schauen wir uns auf jeden Fall das zweite Collectible an. Das ist die Ultra Rare. Die wird insgesamt eine Edition Auflage von nur gerade mal 1340 Stück haben und natürlich hier auch den nächsten Preis von 60 Gems haben. Dann haben wir auf jeden Fall das letzte Collectible hier einmal und zwar nämlich die Secret Rare. Und das ist hier mit 940 Editions doch schon relativ niedrig. Insgesamt befinden wir uns hier in etwa bei 4000 Editions, was nicht gerade viel ist für einen Mickey Maus NFT Drop. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Air Drop ganz genau an. Und das ist nämlich eine Mickey Maus Unterschrift. Und ja, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass eine Mickey Maus Unterschrift auf Vivi erscheint. Wir haben das Ganze schon bei den Lendikolarkarten gesehen von Mickey Maus. Beziehungsweise bei Mickey Maus ist da hinten drauf die Unterschrift. Und ja, deswegen ist das Ganze tatsächlich nicht das erste Mal, dass es hier auf Vivi erscheint. Nichtsdestotrotz ist es aber eine First Edition. Der Snapshot selbst wird hier am 3. Januar 2023 gemacht. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu sammeln. Beziehungsweise das Set voll zu machen. Wer aber auf jeden Fall die Collectibles trotzdem haben möchte, jetzt aber nicht so heiß ist auf den Air Drop. Dem würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wartet bis nach dem Air Drop. Dann werden viele Leute nochmal verkaufen und das Collectible werdet ihr deutlich günstiger bekommen. Der Air Drop selbst wird dann aber am 6. Januar gedroppt werden. Das heißt, der Snapshot ist am 3. und am 6. erfolgt dann auf jeden Fall die Auslieferung an euch. Und der nächste Comic-Job steht vor der Tür. Und zwar sehen wir nämlich hier in diesem Job die First Appearance of Thor. Und wir haben tatsächlich auch schon einen kleinen Teaser bekommen zu diesem ganzen Job. Und zwar nämlich diese Zeichen. Und die haben wir jetzt hier auch bestätigt bekommen in dieser Ankündigung. Und zwar werden wir hier Journey into Mystery, Hashtag 83 sehen. Mit exklusiven Rare und Ultra Rare Cover natürlich. Und der ganze Job wird am 27. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und das ist nächste Woche Dienstag. Der ganze Job selbst wird natürlich wie immer im Blindbox-Format stattfinden. Das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Für mich persönlich die Cover, wie auch natürlich das Comic selbst, super interessant. Und auch die Daten von Go Collect sind sehr vielversprechend. Hier natürlich mit der First Appearance of Thor. Ja, ist das denke ich selbstverständlich. Thor ist ein sehr signifikanter Charakter. Einfach eurem Marvel-Universum. Und hier haben wir auf jeden Fall bei der 9.2 einen Rekord-Sale von 300.000 US-Tolle. Ich werde euch gegebenenfalls hier nochmal eine andere Grafik anblenden. Die einfach nochmal vielleicht ein paar andere Preise zeigt. Für was das Ganze verkauft wurde. Ich kann das Ganze aber tatsächlich jetzt an dieser Stelle nicht kommentieren. Da ich das Video jetzt einfach rausbringen muss. Und tatsächlich leider die Daten einfach nur einfügen kann. Und nicht nochmal extra hier einen Kommentar dazu abgeben kann. Anschließend kommen wir zu einer ganz kurzen Update-Ankündigung. Und zwar nämlich hat Vivi den Airjob von dem James-Bond-Poster verschoben. Der Snapshot ist nichtsdestotrotz trotzdem gemacht. Das heißt, wenn ihr die Poster jetzt verkauft, ja dann habt ihr im Prinzip dann nichts zu befürchten. Der Airjob selbst wird aber erst am 7. Januar 2023 dann wirklich auch durchgeführt. Ja, da gibt es anscheinend ein paar Probleme. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr bekommt auf jeden Fall den Airjob. Der Snapshot ist gemacht. Also hier auf jeden Fall alles eigentlich in Butter. Nur der Airjob kommt halt etwas später. Außerdem ganz kurz ein kleiner Hinweis für jeden. Auf jeden Fall hier der Back to the Future Fired und auch das NFT auf Vivi Held. Hier wurde gerade das originale Hoverboard von Back to the Future verkauft. Und zwar nämlich für insgesamt 87.000 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich wollte es auf jeden Fall an dieser Stelle aber mal ganz kurz hier mit ins Video genommen haben. Auch wenn es nicht prinzipiell was mit Vivi zu tun hat. Kommen wir nun zu dem Part, was David Yu im Prinzip schon vor über einem Jahr angekündigt hat. Beziehungsweise darüber geredet hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns diesen ganzen Clip einmal ganz kurz hier an. Das Ganze kam von Cavill Anderson. Der hat das Ganze einmal aufgenommen. Und ich würde sagen, wir schauen da auf jeden Fall mal direkt rein. Das Ganze war so ist, wie man auch noch ein paar Jahre alt. Es wird viel mehr rausgekommen und das kommt von Mitte bis Ende des Jahres. Wir sind bereits in der Mitte des Jahres, es wird mehr bis Ende des Jahres sein. Aber wie ich gesagt habe, es gibt mehr Interaktionen, viel mehr Spielfunktionen und Dinge so. Ich bin gespannt und werde euch natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Gebt gerne ein Abo, wenn ihr auf jeden Fall das ganze nicht verpassen wollt. Und als letztes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal hier den letzten Gewinner an, bzw. die letzten Gewinner an, die einmal gewonnen haben. Wie gesagt, gilt immer, wenn ihr auf jeden Fall was gewonnen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das wieder hier mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gibt dem ganzen Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bis dahin, dein Krypten. Ciao, ciao.